Herzlich willkommen zum Fest der Vielfalt und Vielfalt bedeutet auch, dass zwei Moderatoren gleichzeitig reden. Ich weiß nicht genau, wer das da hinten ist, aber wir können ihn ja noch kennenlernen. Wir wünschen uns allen heute einen wunderbaren Nachmittag und ganz tolle Erlebnisse hoffentlich. Musik 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 Nicht nur Vielfalt der Völker, sondern auch Vielfalt beim Essen. Gessen habe ich noch nichts, gesehen auch noch nichts, aber so wie die sich da alle draufstürzen, scheint es da eine Menge zu geben. Musik 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 Also, Musik sich darüber zu unterhalten. Und wer weiß, vielleicht finden sich auch noch Leute zusammen, die am Ende verlobt sind. Und was ist da drin? Ich kann es nicht erkennen, ich bin mal so doof in Lebensmittelerkennung. Ich weiß es nicht. Weißt du nicht? Aber es schmeckt ja. Ist da Knoblauch drin? Ja. Ich meine, ich rieche das. Wie heißt denn die Soße hier? Das ist Moloquaya. Wahnsinnig. Das ist Gemüse. Du probierst hier gerade was? Das sieht aus wie... Ja, mit Miet oder irgendwas. Was? Miet, also Fleisch und... Nein. Nein. Das ist doch kein Fleisch. Kein Fleisch. Was ist das denn? Kein Fleisch. Ja. Warf, oder? Nee. Hat Nudeln mit Mies, Eier, Butter, Käse. Ja. Aber auch in der Platte. Ja. Ja, hört sich gut an. Nichts für eine Diät, für eine Low-Carb-Diät, aber hört sich gut an. Sehr lecker, oder? Ja. Aber in Albanisch Pastitze heißt es. Wie? In Albanisch Pastitze. 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 Ja, genau. Pastitze. Wieder was gelernt. Cool. Pastitze. Untertitelung des ZDF, 2020 Wie gefällt es dir hier? Ja, sehr schön. Kann man das öfter machen? Tanzen. Ja? Ja. Wie gefällt es denn heute? Ich bin überrascht, wie bunt das hier ist. Also die Vielfalt ist vertreten, wie ich schon angekündigt habe. Ja, finde ich schon. Gibt es Verbesserungsvorschläge oder einfach so happy? Einfach glücklich. Wunderbar. Wie gefällt es dir denn heute hier? Oh, das finde ich sehr schön. Hat dir irgendwas besonders gefallen? Ja, die Tanzgruppen haben mir sehr, sehr, sehr gut gefallen. Ja, die Tanzgruppen haben mir sehr, sehr gut gefallen. Ja, das ist ja gut. 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 Wie gefällt es euch denn heute hier? Ja, es wird gut. Ja, sehr gut. Jetzt kann man mal dahinter schauen, jetzt kann man mal sehen, dass die viele Bebräuche haben und alles ist sehr schön. Auch das Essen hat sehr gut geschmeckt. Also ihr habt schon alles durchprobiert? Ja. Doch, so gut wie alles. Es ist sehr gut und sehr schön. Eine gute Veranstaltung. Ja. Kann man öfter machen. Ja, das ist schön. Ja, schön. Und kann man auch mit Deutsch sprechen, kann man sprechen gut, kann man lernen, das ist schneller. Ja, das stimmt. Einfach machen. Ja. Und so nur Hände, Füße. So, die Angst weg. Ja. Flüchtling hat Angst vor Deutschland und Deutschland hat Angst vor Flüchtling. So ist weg. München, gleich sind sie München, die Flüchtlinge. Und wir so, wir schauen auch, die deutsche München, auch München. Ja. Die Angst weg, so. Ich glaube. Die Gegner, wie sie heute stattfinden, helfen einfach, diese Berührungsängste abzubauen, sozusagen zu einem friedlichen Hut miteinander zu führen. Und deswegen sind sie so wichtig. Und so, wir kommen sie so wichtig. Und so, wir kommen sie zu einem. Und so, wir kommen sie zu dem. Und so, wir kommen sie zu einem. Ja, natürlich, dass es mir gefällt. Ich glaube, so macht die Integration. Ohne das keine Integration von unterschiedlichen Ländern. Das macht Integration. Jetzt hier kommt es von vielen Ländern. Und das sind die deutschen Menschen auch kennen, die Ausländer. Von wo kommen diese Ausländer? Jetzt gibt es viele Fotografien von meiner Stadt, von meinem Land, von anderen Ländern. Und ich glaube, das macht Integration. Wo kommst du dir näher? Ich komme aus Surien. Musik 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 Das erste Fest der Vielfalt in Wermeskirchen hat seinem Namen alle Ehre gemacht. Mit vielen Veranstaltungen und Menschen aus über 30 Nationen. Ich denke, es war ein riesiger Erfolg. Und wir hoffen, die Bilder, die wir für euch aufgenommen haben, haben euch gefallen. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020